Hallo Migo, für dich war es noch nie dumm, wenn du schauen, dass du nie alleine vor so Foto stehst. Also nicht irgendwie den Held raushängen und kurz vor der Foto sprinten und einen Liken vordragen. Aber ich bin doch ein Held. Eben, darum. Sagt es ja, dass du das nicht zuerst machen. Sonst gibt es einen heldenhaften Tod. Eben, da haben wir hin. Migo, Alamint. Oha, fast gelangt. Echt? 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 mín? Positionen sind un verändert für Combo. Ja. Echt wünschst du Migo mit mir? Es 19 zu, sprich es gleich. 2 Stes, 2. Du ден bist auf zwei. mit dem was zu egal und das hat es mir egal andere Seite auch mich hat es vergessen bei 50% wenn du im Gold stehst wenn du den Drachen aufbringst musst du ihn immer dann bist du nicht zu weiss so wie ich mich und nach einem du musst nie dort stehen bleiben wo du vorhin gestanden bist zum tanken und runter recht das ist nicht der Stabli der tankt weil dort macht das Gold glühend ok am besten wenn du den Drachen durchlaufen und dann stehst du bei uns jetzt Feuer beide Seiten gehen wir gleich an oder die andere Seite wollen wir nur noch sorry rechts über die Kiste hinzupfen und runter gehen wir gleich an wir gehen gleich ins Loch ab ja der hat in die Mitte gefallen ja der hat in die Mitte gefallen und immer schartige Schneide am besten am besten gleich am Anfang auf den Drachen drauf und ich freue mich immer zuerst ein Zuhause als Kombo ok 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 michi hier durch also kannst du auch aussen rumlaufen aber meistens wird das Gold nicht mehr glühend aber meistens wird das Gold nicht mehr glühend gut wenn er bekommt ok ok du musst einfach schauen wenn du siehst wenn das Gold glühend wenn du Schaden nicht bekommst dann mhm die Eingrecher komm du bist die nächste ah stopp stopp du hast gut wer steht also beim im am bekannt kombo hast du den Flugpern schon oft inuhm ihn ja dann musst du vor stuff hehe ich prochain Oh Mann! Hallo, das ist die Attraktion vom Raid. Ja, super. Jetzt muss Stefan auch mal da rüberstecken, dass er den Bär filmen kann, weil er fliegt. Und dann wird das so ein Homepage-Video, oder was? Ja, das können wir ja auch machen. Gut, das ist eine super Idee. Jetzt kommt er dann. Oh, vielleicht ist er schnell. Gummiband ist mir gut. Kurz Zeit, Rückwärtslaufen und so weiter. Jey, das ist klugig. Und jetzt ist er auch ein dicker Unwürdigal. Geil! Das ist geil. Dann kommt er ja schon. Achtung, und los. Ich könnte mir jetzt voll einen guten Beitrag machen wegen dem Bug. Wir haben ein ganzes Video, das er beweist. Und Stefan. Das stimmt, ja. Stimmt, Buggyport zumachen. Achtung, Feuer! Wie man ein fliessendes, schönes Spiel macht, bis so ein blödes Game Bug auftaucht. Ich weiß. Ich weiß. Gut, links. Ich weiß, das wäre deine Kombo. Rechts. Ja, ich weiss, wir sind weg. Und gerade mein Schreiter. Ja. Gleich, wir gehen hier. Ja, gleich, gleich da. Und wir beide Seiten machen. Ja, stimmt. Jetzt ist schon die Luft drauf. Ah, Michi! Sorry, ich habe mich nicht geachtet, dass es wein gelaufen will. Aber ist jetzt gar nichts passiert, obwohl du nicht angestanden bist. Ja, hör halt uns kurz ein wenig aus. Los, los, los. Demis, demis, demis. Bei dir mache ich gleich andere Heilzahlen als bei Migu. Einiges tiefer. Das ist gut möglich. Da habe ich wenigstens etwas zu tun. Bei deinen 40'000 kommen in Panik. Gut, auf die Seite. Jetzt Vollgas. Haben wir einen Einbrecher? Nein, oder? Nein. Macht ja nichts. Ja. Ja. Ich fahre saug dran. Müsste langen. Komm, wo noch mal gebackt. Ja, nicht langen. Links. Gut. Gut. Uh, Pascal. Pascal, Babu, trinken. Ich gemacht. Hm. Komisch. War es langsam gewesen? Nein. Nein, ich bin genau links gelaufen. Schön wie immer. Aber irgendwie ist die Flamme auf einmal links gekommen. Ganz Flamme, aber mit den 2'000 Schäden. Jetzt kommst du. Ich bin ja auch schon weg. Gut. Ach krass. Aber bist du da oben? Die verlassen wir so schade. Nicht einfach vor den Kopf stehen. Wo bist du? Wir halten den möglichst schnell weg. Das oberste. Auf dem Ding. Hier weiterlaufen. Den Miku haben wir schon mal gefunden. Gut. Gehen wir runter. Na gut, jetzt habe ich ja Zeit. Ja irgendwo sie auf der grossen Stadt. Ich probiere den zufälligen zuerst. Gut. Sehr schön. Daheim, wo liest denn du? Ja, da wo ich liegen. Pascal liegt ganz am Süden. Am Süden? Mir kommt noch mehr Eingrecher. Noch eine Viertelrunde. Ja, das war zu komisch. Wir haben die Flamme auf der Seite. Oh, sorry. Wir haben die Flamme hier eingezeigt. Es ist die da. Es ist die da. Sie kommt da gerade. Merci, Fima. Tipptopp. Nächste. im Sanatics der Flamme furcht. Es ist die Flamme hier geserced. Achtung. Wie ist die Flamme hier in der Flamme hier. In der Flamme hier steht? Wie ist die Flamme hier geserde? Ja. Überschern. Ja, wir sind da. Ja, der links. Leaks? 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 können kommen rund